Ja, auch die Verteidigungspolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien haben sich gestern in einer Sondersitzung mit dem Abzug der NATO aus Afghanistan befasst. Den Auftakt bildete ein Bericht der Bundesregierung, vorgetragen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch der Kommandeur der auf dem Flughafen Kabul eingesetzten deutschen Soldatenbrigade General Jens Aalt hat an der Sitzung teilgenommen. Anschließend hargelte es dann Kritik von Seiten der Opposition. Es gäbe im Verteidigungsministerium eine Verantwortungsdiffusion, die nicht zu akzeptieren sei und aufgearbeitet werden müsse, so etwa die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Marie Agnes Strack-Zimmermann. Sie und andere Mitglieder des Ausschusses haben sich nach der Sitzung so geäußert. In der Sitzung des Verteidigungsausschusses hat General Aalt sehr eindrücklich noch einmal beschrieben, wie erfolgreich die Evakuierungsoperation unserer Truppe in Kabul war und wie Menschenleben gerettet worden ist. Das zeigt, dass die Bundeswehr einsatzbereit ist und dass sie mit kürzester Vorbereitungszeit solche großen Operationen durchführen kann. Für uns muss aber auch diskutiert werden, was bedeutet das zukünftig für Mandatierungen, für Einsätze unserer Bundeswehr. Es muss von Anfang an klar sein, welche Strategie wird verfolgt, welches Ziel wird verfolgt und wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Schon jetzt ist klar, wir müssen über Konsequenzen reden innerhalb der Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen der NATO. Wir brauchen eine abgestimmte europäische Außen- und Verteidigungspolitik. Und wir müssen auch in Deutschland die Fähigkeiten weiter stärken. Dazu müssen wir auch mehr Geld investieren in die Sicherheit unseres Landes und damit in die Stärkung unserer Bundeswehr. Die heutige Sondersitzung des Verteidigungsausschusses hat aber dennoch einige und vor allen Dingen auch eine wichtige Frage, was den Evakuierungseinsatz anbetrifft, hinterlassen. Und das ist der Planungsvorgang. Hier wurde deutlich, dass die Abstimmung zwischen dem Ressorts Auswärtiges Amt und BMVG nicht optimal war, sodass letztendlich, und das hat die Ministerin auch betont, dann auf einmal schneller gehandelt werden musste, als es das Ministerium geplant hatte, weil es eben nicht rechtzeitig durch das Auswärtige Amt informiert worden war. Der gesamte Afghanistan-Einsatz, und das ist ja auch keine neue Forderung meiner Fraktion, hinterlässt sehr, sehr viele Fragen, wie überhaupt die Einsätze Bundeswehr im Frieden, und die müssen aufgearbeitet werden in der neuen Legislatur. Und da bietet sich natürlich ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss an. Wir haben von der Ministerin erfahren dürfen, dass sie den Kabelbericht vom 6. August persönlich über dessen Inhalt erst am 23. August etwas erfahren hat. Das sind zweieinhalb Wochen später. Das heißt, dass sie damit offensichtlich nicht konfrontiert wurde. Die Frage ist, warum nicht? Das ist deswegen nicht unwichtig, weil wir ja wissen, dass in dem Kabelbericht, auch wenn er uns nicht vorliegt, darauf hingewiesen wurde, dass die Amerikaner sich jetzt bewegen. Zumal an dem Morgen, bevor der Kabelbericht abgeschickt wurde, der afghanische Regierungssprecher ermordet wurde und zwei Tage vorher der afghanische Verteidigungsminister versucht wurde oder mehrfach angesprengt wurde. Also es bleibt dieses Delta. Und uns ist wichtig, es geht um das, was ist vor dem Einsatz passiert. Es geht nicht darum, während des Einsatzes, warum sind wir erst so spät losgegangen und warum ist die Ministerin offensichtlich über den Inhalt nicht informiert worden. Und es zeigt einmal mehr, dass das Auswärtige Amt und das BMVG offensichtlich ein Kommunikationsproblem haben. Ich kann nur insgesamt sagen, offensichtlich war es so, dass die Art und Weise, wie dieser Evakuierungseinsatz gelaufen ist, die Afghanistan-Politik, das Desaster der Afghanistan-Politik dieser Bundesregierung fortsetzt. Wir wollen eine grundlegende Aufarbeitung des gesamten Afghanistan-Einsatzes von ISAF, Resolute Support und wir wollen einen Untersuchungsausschuss, der sich explizit von heute bis zum Beginn dieses Einsatzes bezieht und alle Bereiche mit einschließt. Das heißt, sowohl die politischen Verantwortlichkeiten als auch die konkreten Durchführungen der militärischen Missionen und alles andere als ein entsprechender Untersuchungsausschuss wird dem Gesamtdesaster, was hier von den verschiedenen Bundesregierungen angestellt wurde, nicht gerecht. Wir konnten auch in dieser Sitzung den genauen Inhalt des ominösen Drahtberichts von Anfang August aus der Botschaft in Washington immer noch nicht klären. Es erschließt sich uns nicht, warum das Auswärtige Amt den Bundestagsabgeordneten Zugang, die Kenntnisnahme dieses Berichts immer noch verweigert, wenn er denn inhaltlich angeblich so harmlos gewesen sein soll. Es ist gesagt worden, der Bericht würde keine Hinweise auf konkrete Planungen der Vereinigten Staaten für eine Evakuierungsoperation enthalten. Aber was die sonstigen Inhalte waren, ob es vielleicht allgemeine Planungen gab, was konkret bedeutet, das hat diese Sitzung nicht aufklären können. Für mich bleibt die Erkenntnis, dass die Mitglieder des Verteidigungsausschusses umgehend Zugang zu diesem Bericht erhalten müssen. Und wenn das nicht möglich ist, dann unterstreicht dies, dass der nächste Deutsche Bundestag im Rahmen eines Untersuchungsausschusses Licht ins Dunkel bringen muss, warum diese Evakuierungsoperation so zögerlich begonnen worden ist.